Musik Jetzt müssen wir uns nur verziehen Oh oh, es war nicht gut Okay, das ist zwar jetzt sehr nah, aber Das erste und einzige, wo ich mich halbwegs verstecken kann, glaube ich Okay Natürlich sind die jetzt sehr aufgeregt, aber dieses Schafgeschütze, das ist sowieso kritisch, finde ich immer, in diesen Engen Gassen, das ist halt der Unterschied zu Afrika, wie ich irgendwie finde Also es kann auch nur meine Einschätzung sein, meine persönliche Ich finde das hier in den Gassen deutlich komplizierter Als da Weil man einfach irgendwie Ja, kürzere Wege nur hat, um abzuhauen So Position wechseln Oh shit Okay Puh Alles klar Da hinten ist einer, da huckt einer direkt An dem Auto Da irgendwo auch, aber den... Jawohl, erwischt Sehr schön Okay, Thompson Springfield Können wir mal nachladen Ah, auf der Kirche Oder auf die Kirche Führt eine Leiter Nee, doch nicht Das sind nur Abwasserrohre Schade Ich bin mir nicht sicher, wie sicher ich hier bin Okay Okay, die finden jetzt jede Menge Leichen Okay, ich hau jetzt hier ab So Ach du Scheiße, sind das viele Äh, kommt nicht her Nein Nein Oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Geht weg Geht weg Ich glaube, das war die falsche Stelle, um mich zu verstecken Unfassbar viele Soldaten, die hier jetzt gerade lang marschieren Vor allem müssen die ja den Weg irgendwann zurückgehen Wenn sie sicher sind, dass das alles gut ist Und ich muss ja irgendwie alle irgendwie im Blick halten Und wenn der jetzt in den Busch reinguckt, dann bin ich aber Dann bin ich erledigt, wenn einer von denen in den Busch guckt Warum hat der gewunken? Habt ihr euch entschieden, dass nichts da ist? Geht ihr jetzt? Warum winkt der jetzt? Im Hintergrund brennen Häuser Das, äh, in dem anderen Ort Okay Suche vorbei Suche abgeschlossen Komm schon, haut ab Suche vorüber Alles klar Jetzt heißt es einfach nur abwarten, bis sie weg sind, ja? Komm, verpisst euch Ich bin ein Ast, ich bin ein Busch Lasst mich in Ruhe Puh, okay Oh Gott, nein Lauf doch nicht genau hier Er hat ihn ausgeschaltet Ich bin erledigt Ich weiß nicht mehr, wo die sind alle Okay, das war's Ähm, Spielstand laden Äh, Kloster, 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 Kloster Manuelle Spielstände Letzte Spielstände Äh, nehmen wir den Da waren wir hier Und da haben sie schon ge... Scheiße Ähm Nehmen wir den Kacke Wo haben wir den? Mist Lauf, 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 lauf Ignorier's Lauf Lauf Lauf, 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 lauf Wir müssen einfach da weg Können wir hier irgendwo noch weiter weg? Ne, ne? Hier ist genau die... Das Ende der Karte Scheiße Ich will nicht komplett neu anfangen Boah, das ist ja... Mh, ärgerlich Nein, komm nicht genau hier hin Das Thema hatten wir doch schon mal Okay Ich hab da noch was gesehen Okay, warte mal Ich, ähm... Quicksave Oh nein Wie könnt ihr mich sehen? Entschuldigt, dass ich kurz mal, äh... Drei, vier, fünf Sekunden Absolut geschwiegen hab Mir geht grad tierisch die Pumpe Ähm... Aber... Das könnten wir jetzt tatsächlich überstanden haben Puh Okay Ernsthaft Das hatten wir noch nie Das hätten wir echt noch nie In der ersten Mission da ganz am Ende Da hatten wir ungefähr auch so mal So eine kurze Nachgangssituation, aber Ich hab jetzt grad vier aus dem Busch gekillt Und mir geht unheimlich die Pumpe, ey Das kann gar nicht sein Okay Geschafft Ähm... Situationsüberblick Was war... Was war... Sache Wir wollten den Abt überprüfen Da vorne irgendwo Alles klar Puh Tief durchatmen Alles ist gut Alles ist wunderbar So, da hinten kommt der nächste Gegner auf der Map Nach dem einen Fehlschlag Haben wir es jetzt, äh... Halbwegs überstanden Das war aber auch mehr Zufall als können Fürchte ich Irgendwie So Ähm... Ich würde ganz gern eigentlich die Kirche durchsuchen Vielleicht gäbe es da eine Scharfschützung-Position, aber Andererseits ist das nicht so ganz zielgerichtet, deswegen Gucken wir mal erstmal weiter So, den Mann durchsuchen Das hier wird sehr netzlich sein Und... Was? Wo kommt denn derjenige, der sich da beschwert hat, dass da was ist? Ich habe dich gehört Aber ich sehe dich nicht So, da läuft jetzt gleich einer an der Kirche entlang? Nein? So, der läuft jetzt weg Hier ist auch was faul So, Freundchen Oh oh Scheiße, schon wieder So, ist es nur einer Glaube ich Der aufmerksam geworden ist Wir brauchen aber Wellroad-Munition, glaube ich, oder? So, oh Warum läuft der jetzt da? Wo möchte er hin? Macht euch unsichtbar Macht euch unsichtbar, natürlich So, Feind sucht, gibt Alarm Und ist ganz, ganz furchtbar verwirkt, der Mann Ich bewege mich jetzt langsam auf ihn zu Ich schaue einfach mal Können ja nicht direkt am Anfang der Mission hier nur mit Abwarten verbringen So, der steht mitten auf dem Hof, alles klar Ist noch irgendjemand in der Nähe? Okay, er kommt jetzt hier lang So, durchsuchen Ja, natürlich ist die Suche vorüber. Danke, liebes Spiel. Okay, wir laufen auf das Gebäude zu, das wir durchsuchen sollen. Hier scheint alles leer zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das die vier Männchen waren, die wir da nacheinander vernichtet haben. Oder ob die irgendwo anders herumspirren, aber hier ist es leer. Das in jedem Fall. Wir müssen da zu diesem Gebäude. Und da war eine Leiter. Ich vermute immer, dass es dann irgendwie ein Hinweis, dass man da hoch soll oder kann. Also können in jedem Fall. Die Frage ist, sollen wir da hoch? So, wir sind in dem Bereich. Da sind auch wieder erste Gegner. Aber in ein paar Metern Entfernung. Und da ist ein Nebenziel offenbar. So, Abt überprüfen. In Papierform. Äh, aufnehmen. Da glitzert was. Das scheint Munition und ähnliches zu sein. Haben wir es jetzt erfüllt? Okay, das nächste ist tatsächlich Offizier töten, eine Waffe zerstören und... Ah, noch weiter Abt überprüfen. Achso, die kleinen Kreise sind auch Abt überprüfen. Verstehe. Irgendwie habe ich heute nicht die perfekte Hand-Maus-Tastatur-Kombination. Ich weiß auch nicht warum. Moment. Die Position, die ich da hatte, die stört mich irgendwie. So. Wie sieht es aus, Freunde? Hier ist ein Motor. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Wenn es daran geht, irgendjemanden zu töten. Ähm, ja. Wir übertönen mal. Nehmen uns schon mal unser Liebstes... Warum haben wir so wenig Munition nur? So. Oh, das ist eine sehr schöne Position hier oben, glaube ich. Jetzt müssen wir nur noch Gegner finden. Die wir markieren können. Und im Anschluss töten. Der Offizier scheint da im Gebäude rumzuschawenzeln. Oh. Der sieht uns schon, oder was? Ich hoffe, das war übertönt. Oh, shit. Okay. Gesehen. Gesehen. Rein da. Floor. Ciao. Danke. Bis zum nächsten Mal.